Menschen davon zu überzeugen, was in ihnen steckt und das optimale Potenzial aus ihnen herauszuholen und die Limitierungen zu lösen. Geht nicht, gibt's nichts. Es gibt für alles immer eine Möglichkeit. Selbstverständlich, es gilt es nur, dieses herauszukitzeln und ihn dazu zu bewegen, es auch tatsächlich zu leben. Weder noch, ich liebe es deftig und scharf. Ganz, ganz selten, wenn überhaupt. Wenn morgens der Wecker klingelt, dann bin ich fit, freue mich auf meine Kunden und stelle mich den Herausforderungen des Tages. Und dadurch habe ich so unendlich viel Energie und das motiviert mich alles. Alles. Ohne ein positives Mindset kein Erfolg. Ich bewundere Menschen mit Ecken und Kanten, die ihr Leben leben, Rückschläge angehen und als Chance nutzen und dann wieder aufstehen und sagen, ich mache es besser, Verantwortung übernehmen, Entscheidungen treffen und final ein glückliches und erfolgreiches Leben führen. Na klar, den habe ich. Von dem hören Sie in meinen Vorträgen, aber eines kann ich Ihnen heute mitgeben. Ein Tag geht immer. Ein Tag glücklich sein, funktioniert bei jedem. Für mich gibt es keine Niederlagen im Leben. Für mich gibt es maximal Rückschläge, die jeder Mensch nutzen sollte, um daraus zu lernen und sein Handeln zu überdenken und dann besser zu werden. Für mich gibt es ein Tag glückliches Tryschein. Ich bin inner Hakim Pädoy, derMaddoi, der war sehr wohl auch einugerätigendes Niederlagen. Für mich gibt es nicht mehr, denn für mich ist die Niederlage auskommen. Und jetzt, für mich ist das hier in der Natur und die Niederlage zusammen verهufen.